So eine Art Wanderschatten in Fleisch. Ja, schließlich wandert ja der Schatten einem voraus. Ich frage mal nach der Bewegung. Also die Bewegung der Bewegten, die Bewegung der Bewegenden. Nach dieser Migration eben. Also dieser in uns allen verankerten Ortefluktuation. Ich bin da mal einfach wie Migration. Ja, das sind animalische Instinkte, die hat jeder von uns, jeder. Die Bewegten und Unbewegten, jeder. Da kann man sich nicht davor schützen. Was ist das mit den Genen? Ja, das mit den Genen. Da müsste man doch Sarrazin einladen und fragen, ha? Der Profi, der Oberprofi, na klar, den müsste man mal dazu befragen. Immer die mit fast blonden Haaren und blauen Augen. Also wie meine Grundschullehrerin. Die sagte zu mir, ich habe kein logisches Denkvermögen und sei nur für die Hauptschule geeignet. God bless Hauptschule. Ich habe dort das Leben gelernt. Also dafür könnte ich Sie abknutschen, Frau Schwarz, Ihre großen Brüste kneten. Das wollte ich schon damals, als ich vor Ihnen stand und sagte, ich möchte aufs Gymnasium. Und dafür bin ich dankbar. Dank Ihnen. Dank Ihnen bin ich eine Megafluktuation. Also, ich zählte mal auf. Ich zählte mal auf. Vaters Vater. Sephardische Juden. Mazedonien, Albaner. Ja, vielleicht auch sonst was. Von da eben aus. Thessaloniki. Vaters Mutter. Georgier, Larsen, Albaner, Sudanesen, Schwarzmeer, Ägäis. Von da eben, wo ich jetzt bin. Mutter. Türken, Aleviten, Sunniten, ohne Ethni aus einem Dorf mit armenischem Namen. Der Türken eben, Türken, Leute, ist doch ganz einfach. Oh, Alev, ey, ich tue immer mit deinem Migrationshintergrund. Jetzt lass doch die Leute mal damit in Ruhe. Musst du immer künstlerisch dich veräußern und das mit deinem Migrationshintergrund, dann völlig wurscht. Jeder hat einen Migrationshintergrund. Und jetzt geht's doch. Albaner, Larsen, Ruden, das ist scheißegal. Ja, aber darum geht's doch. Wir lesen ja genau darüber. Ja, aber du musst mich ja mal erwähnen, dass ich künstlerisch ausdrücke, weil sonst man das nicht schafft als Migrant. Was ist das für ein Problem? Jeder ist ein Migrant, ich bin auch ein Migrant, jeder hat einen Migrationshintergrund. Ja, genau, der ist auch ein Migrant. Meine Großeltern, ja, die sind aus der damaligen Tschechoslowakei gekommen, falls ihr das noch was sagt, ja, mit dem Zug. Mit dem Zug, ja. Und bitte, was macht mich jetzt schlechter als euch, ja, bei euch, mit der Migrationshintergrund. Ich will mal kurz, ich will euch ausdrücken, ich hab auch Migrationshintergrund, ja. So, dann geh mal her, ich war jetzt, also. Strutsch, Brust, Skruss, Krück. 333, wenn ich tschechisch tschebeneck, ja. Das ist ein bisschen ungewohnte Migrationshintergrund, aber sagt er, ja. Marżyla, Mischička, Kažičku, na zelesnem Rendličku. A ten Marżyl, a ten Smarżyl, a ten Pek, a ten Jed, Demy Kousek na Ubrusek, a Běžela, Běžela, a trite Skola. Ja, das ist spannend. Ja, das ist viel spannender. Ja, so ein Migrationshintergrund ist einfach viel, viel spannender. Schutzen, grum, schutzen, grum, schutzen, grum, tuta, 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 grum, tuta, 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 tuta Schiff, 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 schiff.